Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Asu Kadiri. Ich möchte Sie zu meiner Sendung Geh Deinen Weg Empowerment for Life ganz herzlich begrüßen. In meiner Sendung geht es um Menschen, die durch ihre Willensstärke und ihr positives Denken etwas bewegt haben. Und es geht auch um inspirierende Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen und für Frauenrechte kämpfen. Und ich muss auch sagen, dass mir das Thema auch persönlich sehr am Herzen liegt. In der heutigen Sendung haben wir eine Dame zu Gast, die auch diesen Willen hat und möchte, dass Frauen ihre Ziele erreichen, eine Plattform für Frauen gibt, dass sie das machen sollen, was sie sich vorstellen und was ihnen gut tut. Sie ist die Gründerin von Women's Circle Hamburg. Und sie ist Mentorin sowie Coach Frau Nicole Brehm. Herzlich willkommen, Frau Brehm. Hallo. So, Sie haben ja, Sie machen ja so einiges. Coaching, Women's Circle Hamburg, Mentorin. Und da kommt ja noch, was Sie sonst noch so in der Vergangenheit so auf die Beine gestellt haben. Aber was ich von Ihnen erfahren habe und womit ich gerne beginnen möchte, ist, dass Sie ja sieben Jahre beim Spiegel tätig waren. Und warum ich das jetzt gerade so betone, ist, weil viele sich ja diesen Job wünschen. Jetzt würde mich gerne interessieren, wie sind Sie dazu gekommen, zu dem Beruf? Und was haben Sie denn davor studiert gehabt? Ich habe davor Medienmanagement studiert, Bachelor- und Masterstudium und war auch im Ausland, so wie das ja viele heute machen. Und kam dann nach Hamburg und war total fasziniert von der Stadt und wollte unbedingt hier bleiben. Und habe hier meine Masterarbeit geschrieben in einem anderen Verlag und dadurch schon so ein bisschen Kontakte in die Branche geknüpft und auch zu dem Zeitpunkt auf einer Fachmesse meinen Chef dann beim Spiegel Verlag kennengelernt. Und ich netzwerke total gerne und gehe gerne auf Menschen zu und habe ihn damals einfach angesprochen. Und wir sind in Kontakt geblieben. Daraufhin hat sich dann irgendwann später der Job ergeben. Also ich musste nach wie vor zu einem Vorstellungsgespräch. Da waren auch andere Leute, aber ich habe da wohl überzeugt. Und so bin ich zu dem Job gekommen. Darf ich fragen, wie Sie sie überzeugt haben? Sie müssen ja Ihre Tricks haben. Ja, genau. Ich habe im Vertrieb oder im Verkauf gearbeitet, also im Sales. Und da ist es ja immer von Vorteil, wenn man ganz gut mit Menschen umgehen kann und aufgeschlossen ist und Gespräche gut führen kann. Und das war wahrscheinlich das, was dann am Ende den Punkt, den ausschlaggebenden Punkt für mich gegeben hat. Aber allerdings den Job, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, den sich viele wünschen, haben Sie dann nach so vielen Jahren, wo Sie was aufgebaut haben, hin und hart gearbeitet haben für das, was Sie erreicht hatten, dann irgendwann gekündigt. Und Sie haben, glaube ich, von dem, was ich mitbekommen habe, ein Reisekonto eröffnet gehabt und Geld zurückgelegt, um zu reisen und haben dann den Job gekündigt. Genau. Also das muss man sich erst mal, liebe Zuschauer, reinziehen, wie das bei so einem tollen Job, wie das funktionieren kann, dass man einfach ein Reisekonto aufmacht. Waren Sie nicht mehr zufrieden, Frau Brehm? War da so eine gewisse Unsicherheit, Unzufriedenheit oder haben Sie gedacht, ich will jetzt eine neue Herausforderung? Das war so, dass ich nach, ich glaube, zwei Jahren in dem Job begonnen habe, lange und weite Fernreisen zu machen, so einmal im Jahr. Und nach der ersten Reise merkte ich, dass mir das wahnsinnig Spaß macht und ich das super spannend finde, so auch sehr weit weg zu fahren und zu reisen und andere Kulturen zu erleben. und habe dann von meinem Gehalt immer einen Teil auf so ein Reisekonto überwiesen, von dem Sie eben auch gesprochen haben und dachte immer, oh ja, vielleicht ergibt sich das ja mal, dass ich ganz lange verreise und nicht nur einmal, zweimal im Jahr. Und so sammelte sich da dieses Geld und ich war lange im Job und war dann auch aufgestiegen und es war total toll an sich, aber ich hatte diese Sehnsucht nach mehr Reisen, nach neuen Ländern, nach langer Zeit wegbleiben. Und ich hatte dann auch so ein bisschen Herausforderungen durch den Stress bei der Arbeit. Also mir ging es gesundheitlich nicht so gut und ich habe begonnen, in Frage zu stellen, warum ich das alles mache, also warum ich so viel arbeite und so ehrgeizig und zielstrebig meinen Weg gehe, um dann nur ein-, zweimal im Jahr das tun zu können, was mich so wirklich glücklich macht und erfüllt und mir sehr viel Freude gibt, ohne dass ich irgendwas sein oder tun muss, sondern einfach nur genießen kann und mich frei fühlen kann. Und ja, dann wurde es im Job auch immer mehr so an Belastung, sage ich mal. Und das lief so ein bisschen parallel ab. Also auf der einen Seite meine Freude am Reisen wurde immer größer und mein Bedürfnis auch mal wirklich nur für mich zu sein, für längere Zeit, das zu tun, was ich möchte. Und der Stress auf der Arbeit nahm zu auf der anderen Seite und dann war irgendwann so ein Tipping-Point erreicht, wo ich entschieden habe, okay, das soll so für mich nicht weitergehen, weil das ist nicht das, was mich dahin bringt, wo ich sein möchte. Also ich wollte eben nicht nur arbeiten und immer erfolgreicher sein und den nächsten Schritt auf der Karriere weitergehen, sondern ich wollte das tun, was mich, oder etwas tun, was mich erfüllt und mir eine Freiheit bietet, die ich bisher eben nur in diesen kurzen Reiseintervallen kennengelernt habe. Ja, und dann habe ich gekündigt. Also ich würde ja gerne ein bisschen Pfeffer in das Gespräch bringen und gerne wissen, wie viel sie auf ihrem Reisekonto drauf hatten. Bevor das losging, wenn wir fragen dürfen. Das ist ja jetzt sehr privat. Ich glaube, das war was zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Und wie viele Länder haben Sie dann insgesamt in dem einen Jahr waren Sie da, haben Sie dann gereist? Ja, ich war ein bisschen länger als ein Jahr. Ein bisschen länger als ein Jahr, okay. Und wie viele Länder haben Sie dann gesehen? Sehr viele. Ich glaube, 10 bis 12. Ich weiß es gar nicht genau. Wow. Ich bin durch große Teile Südamerikas gereist und dann eben Russland, Indien, Asien, China. Müsste ich jetzt einmal zählen. Also es waren einige Länder. Aber wie war das für Sie, Frau Brehm, als Frau alleine zu reisen? Vor allem gut, Europa könnte man sagen, kann man noch. Aufgrund der Kultur vielleicht auch, dass man sich da ein bisschen wohler fühlt und dass man nicht in irgendwelchen riesigen Ländern irgendwann landet, wo die Kultur und die Sprache und alles drum und dran ganz anders ist. Aber wenn Sie sagen, Sie waren in China und Sie waren hier und da alleine als Frau, da hat das, ich glaube, das traut sich nicht jeder. Also irgendwas muss sich ja da innerlich bewegt haben, dass Sie gesagt haben, oder hatten Sie schon immer, nee, als Frau soll ich selbstständig sein, ich möchte das machen? Oder hat Sie etwas dazu gepusht, das zu machen, alleine zu reisen, meine ich? Ich war schon immer sehr selbstständig und habe auch immer alles selber und alleine gemacht. Und das alleine reisen habe ich kennengelernt auf meiner zweiten Fernreise, sage ich jetzt mal. Auf der ersten war ich noch mit Freunden und war an den letzten Tagen alleine und fand das total cool. Ich musste mich nicht abstimmen, konnte alles machen, wie ich wollte und bin dann mehrfach immer alleine reisen gegangen, mehrere Wochen am Stück und fand das sehr befreiend. und deshalb war das für mich auch überhaupt keine Frage, diese komplette Reise alleine zu machen. Ich habe immer Leute kennengelernt, ich hatte immer, wenn ich wollte, Menschen um mich herum und wenn ich nicht wollte, konnte ich für mich sein und das war für mich ideal. Also das hat mir tatsächlich am meisten Freude gemacht, dass ich das alleine alles entscheiden konnte, auf niemanden angewiesen war, mich nicht abstimmen musste und das war ja vorher in meinem Job dann doch ein bisschen anders, das war mit sehr viel Abstimmungsarbeit verbunden und das war auch diese Freiheit, die ich dann auskosten wollte und mich nicht festlegen wollte. Aber Sie waren doch bestimmt auch so ein bisschen vorsichtig, sag ich mal, wenn ich mich da so ein bisschen so ausdrücken darf, dass Sie sagen, alleine, nicht, dass mir jemand hinterherkommt, dann haben Sie, ich meine, ich kenne das ja, einfach von Frau zu Frau, dass ich, ich bin ja auch schon oft im Leben alleine gereist und wenn ich dann irgendwo war, wie jetzt Indien zum Beispiel, habe ich auch gesagt, zu fremden Menschen, nee, ich bin hier nicht alleine. Einfach weil ich als Frau diesen Schutz auch brauche, auch wenn man selbstständig ist und ehrgeizig ist, dass man trotzdem mal nach rechts und links trotzdem schauen muss, gerade wenn man in einem fremden Land ist oder haben Sie sich, oder gab es keine Momente, wo Sie sich unwohl gefühlt haben in bestimmten Situationen, kann man vielleicht Glück nennen oder kann man vielleicht gute Menschen nennen, aber das hat man ja auch nicht immer. Man muss ja schon manchmal nach rechts und links gucken, um auch diese Sicherheit zu haben. Hat Ihnen das so ein bisschen gefehlt oder nicht? Ich habe mich gut vorbereitet, also ich habe sehr viel gelesen über die Länder und Städte, die ich besucht habe, um auch zu wissen, wie da die Sicherheitslage ist und bin auch alleine nicht nachts rausgegangen. Oder in Indien habe ich immer erzählt, mein Mann ist im Hotel oder überhaupt, wenn ich irgendwo war und das Gefühl hatte, ich bin hier nicht komplett sicher. Dann habe ich mich eher mit einer Gruppe von Menschen zusammengetan oder habe geguckt, dass ich eben nicht an gefährliche Orte gehe. Also ich habe viel recherchiert und mich da auch vorher informiert. Und ich bin aber auch mit einer Haltung rangegangen, dass ich an das Gute im Menschen glaube und daran glaube, dass mir gute Dinge passieren. Und das hat mir dann auch geholfen, so ein inneres Vertrauen zu haben. Also positive Einstellung. Ja, absolut. Ich glaube, das war vielleicht auch der Grund, warum Sie Women's Circle Hamburg gegründet haben. Dass Sie diese positive Einstellung haben, oder? Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr erfahren. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie ist das entstanden? Ich selber habe sehr viele enge Freundinnen und ich fand das immer sehr schön, mit denen gemeinsam einen Weg zu gehen oder einen Teil eines Weges gemeinsam zu gehen und sich so zu unterstützen beim gegenseitigen Wachstum und in der Entwicklung. Und wollte das gerne weitergeben, auch an andere Frauen, die das eventuell nicht so haben oder die auch sagen, ich wünsche mir neue Kontakte, auch in vielleicht Bereichen von Persönlichkeitsentwicklung, weil darum geht es letztendlich, die ich über meine bestehenden Freundschaften gar nicht abdecken kann. Und in diesen Circles, da kommen ja in sehr kleiner Runde die Frauen zusammen und lernen sich auch sehr intensiv kennen und sehr privat und begleiten sich in diesem Moment auf einem Stück ihres Weges. Und ich wollte den Raum dafür schaffen, dass solche Verbindungen möglich sind und wo auch die Frau oder die Person selbst, die da ist, sich mal die Zeit nimmt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Weil das, was war, was mir auch sehr gefehlt hat in meiner Zeit, in der ich viel gearbeitet habe, habe ich mich kaum rausgenommen, um mich mal auf mich zu besinnen. Und das ist erst in meinen Reisen entstanden. Und die Circles bieten dann eine gute Möglichkeit, um eben das in den Alltag zu bringen, jetzt, was ich mir damals gewünscht hätte. Also ich habe im Prinzip das geschaffen, was ich gebraucht hätte, um viel früher damals zu erkennen, was mich bewegt und was mir wichtig ist. Und ich denke mal, diese Frauen, die jetzt auch bisher bei Women's Circle Hamburg mit in dem Workshop teilgenommen haben, gehören bestimmt auch zu den Frauen, die auch so eine ähnliche Geschichte haben, wie sie Unzufriedenheiten, Job oder da fehlt was oder da muss mehr herauskommen. Weil, ich meine, wenn man das so sieht, Frau Brehm, es sind ja fast 80% Menschen in Deutschland, die in einem Beruf arbeiten, wo sie dennoch einige Jahre später feststellen, dass das sozusagen die falsche Entscheidung war. Haben Sie dann in Ihren Workshops, die Sie jetzt, die einigen, die Sie halt bisher hinter sich haben, festgestellt, dass es viele Frauen genauso geht, wie es Ihnen damals ging, beim Spiegel, als Sie dann den Job gekündigt haben, dass da diese Unzufriedenheit da ist im Beruf? Ja, was mir oft begegnet, ist der Punkt, dass so eine gewisse Unzufriedenheit oder Lücke auch irgendwo da ist und die Person selber oft gar nicht weiß, was das auslöst. Also klar ist es irgendwie, der Job ist nicht das, was ich möchte oder die Beziehung ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und das beeinträchtigt dann ganz schnell auch so das gesamte Leben, weil es ja, alle Bereiche spielen ja miteinander zusammen und wenn einer nicht stimmt, dann ist eben das große Ganze auch nicht ganz rund. Und häufig fehlt dann die Zeit und auch die Muße, sich damit mal wirklich zu beschäftigen, weil es ja auch Dinge sind, die dann wehtun können, ja, da mal hinzugucken und sich zu hinterfragen, warum bin ich denn so unzufrieden in meinem Job? Habe ich da vielleicht mal eine Entscheidung getroffen, die gar nicht mir entsprochen hat, wo ich vielleicht geguckt habe, im Außen machen meine Freunde das so oder die Gesellschaft, die Konvention gibt es so vor und das erfüllt mich nun gar nicht. Dann muss ich ja selber hinterfragen und hingucken, was möchte ich eigentlich? An wem kann ich mich vielleicht auch orientieren? Welche Fragen muss ich mir stellen, um an den richtigen Punkt zu kommen? Und es sind tatsächlich viele Frauen da, weil sie sich mit anderen verbinden wollen in diesen Circles, aber auch mit sich selber und weil sie eben an einem Punkt stehen, wo irgendwas gerade nicht ganz rund läuft und sie einen Weg suchen, sich damit intensiver zu beschäftigen. Und die sind dann auch offen zu Ihnen gegenüber oder mal in die Ecke nehmen, ja, dies und das habe ich, können Sie mir da helfen oder können Sie mir da Tipps geben? Weil nicht jeder fühlt sich dann, gerade in solchen Workshops, man weiß, was auf einem zukommt, dass man schon offen sein muss und dass man auf andere zugehen sollte, aber wenn es wirklich private Probleme gibt, dann traut man sich vielleicht, das nicht so öffentlich zu sagen. Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die in ihrem Beruf nicht zufrieden sind oder andere Umstände haben, aber eine Lösung zu finden, ist ja auch immer nicht so einfach für uns Menschen. Haben Sie da eine Erfahrung gemacht, als es Ihnen so ging, dass Sie vielleicht gedacht haben, wie kann ich mich beraten lassen, vielleicht sollte ich zu einem Psychologen, auch das ist wieder ein Thema, wo viele Menschen damit gar nicht klarkommen könnten, zu einem Psychologen zu gehen, um nach Hilfe und Beratung zu suchen. Haben Sie da persönlich diese Erfahrung gemacht, wo Sie mal gesagt haben, da und da könnte ich mich beraten lassen, damit es mir wieder besser geht? Also ich habe damals, als ich bei der Arbeit die gesundheitlichen Probleme hatte, Hilfe bei einer Arbeitstherrapeutin gesucht. Das fand ich sehr hilfreich, das fand ich echt super. Und auch jetzt, nachdem ich von meiner Reise wiederkam und mich dann selbstständig gemacht habe, bei all den Projekten und Dingen, die ich tue, habe ich mir immer wieder Hilfe durch Coaches gesucht, die mich auf dem Weg begleiten und unterstützen. Und die Frauen, die in den Circles dabei sind, da ist auch so ein bisschen die Voraussetzung oder der Wunsch von meiner Seite, je mehr sich eine Person öffnet und reingibt, worum es geht, desto mehr kann diejenige ja auch für sich mitnehmen. Und ich kommuniziere das dann immer, dass das wichtig ist und sozusagen eine Voraussetzung, um jetzt auch den besten Nutzen daraus zu ziehen. Und in meiner Erfahrung ist da durchweg positiv. Also alle öffnen sich, alle erzählen von sehr privaten Themen und wirklich den Dingen, die sie in dem Moment auch beschäftigen. Genau. Also würden Sie das mit der Beratung und einem Psychologen zu sehen also empfehlen? Weil viele Menschen trauen sich nicht. Also wirklich, das sind wirklich enorm viele Menschen, die sagen, nee, ich brauche keine Hilfe, schon gar nicht mit einer fremden Person über meine Probleme reden. Ich glaube, das ist vielleicht einfacher gesagt als getan, oder? Einfach so. Ich meine, die Hilfe ist ja da. Und gerade das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja fast das Beste auf der Welt. Also wenn man Hilfe braucht und es nötig hat. Aber ich muss wirklich wieder sagen, auch Sie würden mir zustimmen, liebe Zuschauer, dass wirklich viele Menschen sich einfach nicht trauen. Und wie kann man dann sich pushen? Deshalb finde ich das toll, dass Sie jemanden gesucht haben und sich beraten lassen wollten, Hilfe gesucht haben. Weil das ist wirklich ein Thema, wo ich das Gefühl habe, damit müssten wir Menschen uns mehr auseinandersetzen. Weil auch Psychologen gibt es ja einfach nicht nur so. Auch die wollen ja helfen. Zwar ist das für sie ein Beruf, aber die können ja auch anderen Menschen damit helfen. Jetzt noch mal auf Women's Circle Hamburg zurückzukommen. Was sind da noch so Ihre Ziele? Was möchten Sie damit noch so erreichen? Ich möchte gerne, dass es sehr viel mehr Menschen oder Frauen zugänglich wird. Und bisher hat es offline immer stattgefunden. Das sind dann relativ kleine Runden. Ich möchte das gerne auch online etablieren, sodass nicht nur Hamburgerinnen teilnehmen können, sondern Frauen aus ganz Deutschland oder auch international. Und möchte das gerne regelmäßig stattfinden lassen. Auch Workshops, wo es mal um spezielle Themen wie zum Beispiel Zukunftsplanung geht. Also nicht nur diese Circles, sondern auch Themen darüber hinaus etablieren und das Ganze ja weiterentwickeln und was Großes daraus werden lassen. Sodass viele Frauen die Möglichkeit bekommen, sich die Zeit für sich zu nehmen, sich diese Fragen zu stellen, die für sie selbst wichtig sind. und auch daraus zu entdecken, wohin sie wollen in ihrem Leben und wie sie es für sich gestalten wollen, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind, dass sie das Gefühl haben, sie leben ein gutes Leben und zwar das Leben, was sie sich selber ausgesucht und so auch aufgebaut haben. Und wie war bisher so die Resonanz, als Sie damit begonnen hatten? Wie war so Feedback von anderen? Wie Sie das so auf die Beine gestellt haben, das kann ja auch nicht jeder. Also da hofft man ja auch, dass man da ein gutes Feedback bekommt, weil wenn man schon was auf die Beine stellen möchte und wie jetzt bei Ihnen etwas für einen guten Zweck tun möchte. Haben Sie damit gerechnet, dass da wirklich Frauen kommen werden oder dachten Sie, ich weiß nicht, ob das klappt oder ob das nicht klappt? Ja, das war tatsächlich für mich auch was, wo ich nochmal so richtig Mut beweisen musste, das überhaupt ins Leben zu rufen, weil die Idee schon ganz lange in meinem Kopf rumgegeistert ist. Ich wollte es schon bestimmt ein Jahr oder anderthalb umsetzen und irgendwie weiß ich nicht, ich war ein bisschen unsicher, ich hatte Angst, dass keiner kommt oder dass es keinen Anklang findet und irgendwann habe ich es dann tatsächlich getan und es war innerhalb von fünf Tagen auch ausgebucht, also die Resonanz war super und das Feedback, was ich währenddessen und danach bekommen habe, war großartig. Alle, die da waren, waren begeistert, alle würden wiederkommen. Ich habe noch Mails bekommen, wo mir eine Teilnehmerin schrieb, dass sie auch noch Tage danach für sich immer wieder so kleine Aha-Momente hatte und da sehr viel auch in ihren Alltag und in ihr Leben mitnehmen konnte und das durch nur einen Nachmittag, das finde ich wahnsinnig beeindruckend und das macht mich auch total froh, dass ich sowas geben kann und das auch erreichen kann bei anderen, dass das passiert. Toll. Und was machen Sie zurzeit? Außer Workshop und so. Ja. Beruflich jetzt und Hobbymäßig, weil ich weiß ja, sie wandern ja auch gerne, glaube ich. Sie meditieren ja auch gerne. So. Ich mache auch gerne Yoga. Ja, wunderbar. Das ist doch auch gesundheitlich gut, vor allem, wenn man nicht zum Psychologen gehen kann. Ja. Oder nicht? Absolut. Meditieren, Yoga, Wandern. Ja, wandern mag ich zum Beispiel nicht, aber vielleicht können Sie mich da ja überzeugen. Es gibt ja in Hamburg diesen schönen Ring, den kann man so ertappenweise wandern, das geht dann ganz fix. Also Sie meditieren tatsächlich viel? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Wow, für wie lange? Unterschiedlich. Irgendwas zwischen 10 und 30 Minuten. Und wie fühlt sich das an danach? Total schön. Wirklich? Und es ist ja auch der Weg, das Ziel. Es ist gar nicht so, dass es darum geht, oder zumindest für mich nicht, dass ich mich dann jetzt hinsetze und danach bin ich total im Bliss und in der Erfüllung, sondern es ist für mich etwas, wo ich mir selber die Zeit schenke, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, zu gucken, wie es mir geht, meinem Körper, meinem Geist, was da gerade ist. Und ich merke, wenn ich es nicht mache, dass ich über den Tag viel nervöser bin, mich Dinge schneller aus meinem Gleichgewicht bringen und dass mir wirklich was fehlt. Also ich kann das sehr empfehlen. Also wirklich jeden Tag? Jeden Tag. Auch Wochenenden? Ja, also manchmal auch Sonntag nicht, aber überwiegend 90 Prozent der Zeit jeden Tag. Und wandern dann auch jeden Tag? Ja, wandern nicht so oft. Vor allem, wenn es so kalt ist wie jetzt, oder? Ja. Ja, schön. Aber das ist ja auch immer gut gesundheitlich. Oder auch schwimmen vielleicht ist ja auch gut. Gerade wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, 18 Stunden schwimmen gehen oder wandern gehen oder sonst wie. Hat das dann auch Ihrer Gesundheit geholfen? War das so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, ich habe zu viel Stress, ich muss jetzt reisen? Und finde ich, wenn Sie sagen, Sie waren in Indien, das ist ja meditieren, ist ja dort das A und O. Ist es dadurch entstanden oder war das schon immer so? Tatsächlich ist es durch die Arbeitstherapeutin entstanden, über die ich vorhin gesprochen habe. Die hat mir empfohlen, so Körperentspannungsübungen zu machen und zu meditieren. Und da habe ich einen Einstieg gefunden und habe immer wieder den Anschluss verloren. Und tatsächlich praktizieren, täglich mache ich seit meiner Yoga-Lehrerausbildung, die ich vor drei Jahren gemacht habe. Und seitdem ist es in meinem Alltag. Und ja, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ohne wäre. Und mit der Yoga-Ausbildung sind Sie jetzt fertig? Bin ich fertig, genau. Aber ich mache das nur für mich so. Hobby-mäßig? Hobby-mäßig, genau. Ja, schön. Und was sind noch so Ihre Ankern im Leben? Was sind noch so Ihre Ziele? Das würde mich und, glaube ich, auch alle Zuschauer interessieren. So eine junge, zielstrebige Dame hat ja doch noch so einiges vorgeplant oder was sie noch so auf die Beine stellen möchte. Ja, das ist eine interessante Frage, weil Ziele verändern sich bei mir auch relativ häufig. Ich habe mal damit begonnen, Ziele für ein Jahr zu stecken. Und das fand ich gut, weil dann hatte ich was, wo ich darauf hinarbeiten kann. Und habe dann aber auf dem Weg gemerkt, dass es mich doch ein bisschen blockiert, wenn ich Neues lerne, neue Menschen kennenlerne, in Austausch gehe und sich irgendwas verändert, dass ich das Ziel gar nicht mehr so richtig verfolgen möchte oder kann. Und plane jetzt irgendwie in so 90-Tage-Intervallen, also im 3-Monats-Intervall. Und für mich ist das Nächstgroße, ich möchte als Mentorin und Coach noch viel stärker arbeiten und da noch ein paar Dinge in die Welt bringen, die andere Menschen auch unterstützen sollen, eben das zu tun, was sie beflügelt, was sie glücklich macht, was ihr Leben schön und gut macht. Und ja, selber privat ziehe ich nächstes Jahr nach Norwegen. Das wird auch nochmal interessant und werde da dann nochmal neue Orte, neue Menschen kennenlernen und gucken, was sich so ergibt. Ja, lassen Sie mich raten. Ich glaube, das ist die Liebe, warum wir nach Norwegen leben. Oder? Habe ich recht? Ja, sehen Sie. Ich habe gut gehört. Die Liebe geht nach Norwegen. Genau, also die Liebe wohnt in Hamburg, aber geht jetzt nach Norwegen. Aber Sie sind ja nicht aus Hamburg eigentlich, oder? Ich bin nicht aus Hamburg. Wo sind Sie geboren? In Thüringen. Ah, ja. Von Thüringen nach Hamburg, von Hamburg nach Norwegen. Genau. Und dann? Und dann mal gucken. Nach Las Vegas. Vielleicht. Oder Südamerika. Ich mag ja Kolumbien. Dort wird geheiratet, Las Vegas dann. Gucken wir mal. Nichts ist unmöglich. Ja. Ja, spannen Sie aber schon mal in Norwegen. Nee, also auch noch nicht. Ja. Wir waren ja schon an vielen Orten, aber ich mag es nicht so, wenn es kalt ist. Es wird also für mich ganz spannend werden, wie das sich so anfühlt und wie das dort so ist. Aber ich habe gehört, man kann gut wandern gehen und deshalb ist es für mich perfekt. In Norwegen kann man sehr, sehr gut wandern gehen. Ich glaube, Dänemark auch, oder? Ja, alle so mit gandinavischen Ländern. Aber auch in Hamburg, wie Sie vorhin gesagt haben, kann man gut wandern, oder? Ja. Um Hamburg herum sind so ein paar schöne Orte zum Enten. Auch außerhalb Hamburg zum Beispiel, oder, weiß ich nicht, so Lübeck oder... Ja, Lüneburger Heide. Lüneburger Heide oder hier Geesthacht, Schleswig-Holstein. Habe ich gehört, soll ganz schön sein. Soll ganz schön sein. Habe ich noch gar nicht erkundet. Also das fehlt mir so ein bisschen in Hamburg, dieses bisschen so, ist zwar sehr grün Hamburg, ja. Ist Thüringen sehr grün? Es gibt ja da den Thüringer Wald. Ah ja, ja. Genau, da liegt schon sehr viel Schnee, auch jetzt, werden wir in Hamburg hier noch sommerliche Temperaturen haben quasi. Ja. Ja, also da ist es sehr bergig. Ja, wunderbar. Toll. Ja, wir sind jetzt auch leider am Ende der Sendung angelangt. Frau Brehm, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück, auch mit Women's Circle Hamburg. Und das war es jetzt auch mit der Sendung, liebe Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich hoffe, dass ich Sie auch beim nächsten Mal begrüßen darf. Und ja, wenn Sie Kommentare oder Feedback oder sonst was Ihnen im Herzen liegen, können Sie mich natürlich gerne über meine Social Media Kanäle kontaktieren, Facebook, Instagram oder auch Twitter. Ich würde mich sehr freuen. Und wie immer geht es in meiner Sendung, Geh deinen Weg Empowerment for Life, um Menschen, die durch ihre Willensstärke und ihr positives Denken etwas bewegt haben, wie Frau Brehm. Und sowas finde ich immer toll und sehr, sehr bewundernswert. Und dafür setze ich mich auch persönlich sehr ein, liebe Zuschauer. Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie, was meine Leidenschaft betrifft, mich auch weiterhin unterstützen. Denn nur zusammen können wir auch etwas bewegen. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Ja, das war es dann auch schon. Bleiben Sie gesund, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ihre Asukadiri. Vielen Dank. Vielen Dank.